Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute zeige ich euch mal wieder ein paar Designs, und zwar heute 17 Laternen-Designs. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen inspirieren, und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem allerersten Design. Und zwar ist das dieses ganz einfache Sound-plus-Fackel-Design. Ich persönlich baue das relativ oft tatsächlich, weil es halt so super einfach ist. Einfach zwei Zellen übereinander und eine Fackel obendrauf. Und das soll so eine große Fackel quasi sein, so eine verlängerte Fackel quasi. Ja, nichts so Besonderes, aber wie gesagt, ist halt ein relativ einfaches Design. Falls ihr gerade eine neue Wälder anfangt oder sowas, kann man das natürlich mal schnell bauen. Danach haben wir ein Design, was ich schon ziemlich gut finde. Und sagen wir, eine kleine Laterne, die auch so hängt, quasi wie eine Laterne hängen würde von oben nach unten. Das Ganze könnte man allerdings noch ein bisschen anders bauen. Und zwar könnte man einfach, also jeweils drei Zelle natürlich nehmen. Und denn, ich habe in diesem Fall jetzt gemacht, dass da quasi eine Trapdoor ist und dann dahinter ein Halbstein. Man könnte natürlich auch zwei Halbsteine nehmen. So, oder natürlich auch zwei Trapdoors. Und dann da unter die Laterne hängen. Das finde ich sieht auch ziemlich cool aus, aber ich finde so insgesamt, diese Mischung daraus ist noch ein bisschen besser. Aber wie gesagt, so könntet ihr es halt auch bauen, falls ihr das besser findet. Und natürlich könntet ihr auch die Cobblestone-Mauer da unter quasi auch ändern durch einen Zaun, wenn ihr möchtet. Und danach haben wir ein Design, das auch relativ cool ist, weil die Laterne sich nämlich tatsächlich perfekt mit dem unteren Ende vom Zaun quasi verbindet. Sieht auch ziemlich cool aus. Das sieht richtig so aus, als würdest du da runterhängen. Auch eigentlich relativ einfach, wie gesagt, einfach mit Zaun und einer Laterne. Danach haben wir so eine kleine Mischung, auch wieder viel Zaun. Und dann oben haben wir eine Treppe diesmal statt einer Trapdoor. Und auch ein Halbstein wieder. Und da hängt dann die Laterne dran. Auch ein relativ einfaches Design. Insgesamt sind so die Designs hier vorne eher so für kleine Dörfer vielleicht, die ihr gebaut habt. Oder irgendwas, was noch nicht so weit fortgeschritten ist, sage ich mal. Und wie gesagt, in so Dörfern oder auf irgendwelchen Feldwegen oder so würde sich, denke ich, sowas ganz gut machen. Und hier haben wir dann noch so ein etwas anderes Design. Das sieht wieder ein bisschen anders aus eben. Und zwar haben wir hier zwei Laternen. Dann oben wieder so eine Mischung aus Halbstein und Falltür. Und so ein etwas massiveren Stand quasi. Und sowas könnte ich mir ganz gut vorstellen, wenn es zum Beispiel zwei Wege gibt. So einen nach links und einen nach rechts. Dann kann man sowas hier quasi an die Gabelung stellen. Und dann hier noch ein Schild hin. Irgendwie da geht es nach links, da geht es nach rechts. Und dann, ja, hat man da auch so eine kleine Laterne eben mit einem Wegweiser vielleicht. Oder ansonsten könnte ich mir das vielleicht auch in einer kleinen Siedlung vorstellen. Und dann so ein Villager-Dorf würde das, glaube ich, auch ganz gut passen. Hier hinten haben wir jetzt ein paar Designs, die vielleicht schon für etwas fortgeschrittenere Sachen sind. Vielleicht für eine Burg oder auch irgendwas Industrielles. Oder insgesamt halt eine etwas massivere Siedlung quasi. Weil hier ist nämlich alles aus Stein und Eisen quasi. Das erste Design erinnert uns ein bisschen an das letzte, was wir hier vorne hatten. Hier haben wir wieder zwei Laternen links und rechts. Diesmal allerdings mit einem Amboss und mit Trichtern. Und obendrauf sind dann nochmal Eisenfalltüren. Und bei den Trichtern ist es so, dass ihr darauf aufpassen müsst, wie ihr sie platziert. Ich kann euch das mal zeigen. Denn wenn ihr sie nämlich quasi gegen einen anderen Block platziert, links oder rechts, dann geht ja das Rohr quasi auch nach links oder rechts. Seht ihr hier. Und nicht so nach unten. Und jetzt könnte ich nämlich von unten keine Laternen dagegen setzen. Und deswegen müsst ihr quasi den Block da über zur Hilfe nehmen und da dann den Trichter heransetzen. Und dann könnt ihr auch eine Laterne da unter setzen. Und das Coole ist halt auch bei den Trichtern, dass halt die Laterne auch wirklich wieder perfekt da sich verbindet mit. Also dass die Kette quasi genau in die Trichter geht. Und ich finde insgesamt sieht das mit den Trichtern auch noch ein bisschen besser aus als hier mit dem Zaun. Weil der Trichter noch so ein ähnliches, also eine ähnliche Farbe hat. Mehr oder weniger halt auch aus Eisen ist. Dementsprechend sieht das ziemlich nice aus. Und der Anvil dazwischen natürlich auch nochmal so ein bisschen Abwechslung. Sieht eigentlich ziemlich cool aus und massiv. Und daneben haben wir dann eine kleine Mischung aus den Designs, die wir schon kennen. Und halt dem neuen Farbschema quasi. Jetzt haben wir auch wieder Steine und einen Trichter auch, wo dann eine Laterne dran hängt. Und in der Mitte hier haben wir noch ein bisschen Dark Oak. Das finde ich sieht auch ziemlich cool aus. Wie gesagt, ich finde das total cool, dass halt der Trichter sich so perfekt ergänzt mit der Laterne. Und dann daneben haben wir auch noch ein Design. Das ist wieder ein bisschen sehr stark angelehnt an diese Designs. Nur eben aus Steinen. Und was man hier auch machen könnte, sind zwei Laternen nebeneinander. Das finde ich hat auch was. Aber wie gesagt, ansonsten mit einer sieht das auch ziemlich cool aus, wenn die so ein bisschen weiter weg ist tatsächlich von dem Stand quasi die Laterne. Hat auf jeden Fall auch was. Und die sind alle relativ einfach nachzubauen. Dann müsst ihr einfach nur das Video vielleicht mal pausieren. Und dann könnt ihr euch die ganz in Ruhe quasi abbauen. Und hier haben wir dann ein Design, was ein bisschen sehr massiv ist und auch sehr viel größer. Und auch insgesamt ziemlich funktional tatsächlich. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, wenn man links und rechts zum Beispiel eine Straße hat oder einen Weg oder sowas. Und dann macht man sowas eben in die Mitte. Und hat dann hier zwei Laternen jeweils. Man könnte es theoretisch auch mit einer machen, aber das sieht dann, finde ich, nicht mehr so cool aus. Und dementsprechend habe ich sie halt mit beiden gemacht. Und hier ist es dann auch so, dass der Trichter halt wirklich nach links in die Laterne oder beziehungsweise in die Redstone Lampe reingeht. Und das cool an diesem Design ist, dass sie halt tatsächlich funktioniert. Und so tagsüber sind das quasi Energiesparlampen, die halt aus sind. Dann würde es jetzt Nacht werden, dann würde sie halt anfangen zu leuchten durch den Tageslitzenden, sodass er hier oben drauf ist. Oder beziehungsweise ich kann auch mal so machen, denn es ist jetzt tagsüber hell. Und das ist halt ziemlich cool, weil man so eine Laterne hat, die halt von sich aus nachts angeht. Das hat immer was. Das ist so ein kleines extra Feature für jede Welt quasi. Und das Ganze halt ohne viel Redstone einfach nur mit dem Tageslichtsensor quasi direkt oben auf der Redstone-Fackel. Äh, auf der Redstone-Laterne quasi. Sieht auch ziemlich cool aus und das Design insgesamt finde ich sehr cool. Wie gesagt, könnte ich mir so richtig gut zwischen zwei Straßen vorstellen. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit wieder ein paar, ähm, ja ich sag mal fortgeschrittenen Holzdesigns. Hier haben wir jetzt vor allem Glowstone dabei. Und das erste, was wir hier haben, ist direkt eine Laterne, die ich glaube ich mit am besten finde. Jetzt haben wir hier auch wieder ein Glowstone, der quasi umrandet ist von diesen Falltüren. Und das Ganze auch in einem relativ massiven Stand hier auch noch mal Falltüren um einen Holzblock rum quasi. Dann haben wir da drauf Zäune und da oben drauf dann nochmal einen Trichter. Und das finde ich ist halt eine relativ coole Idee, dass man quasi von Zaun nicht direkt auf Glowstone umsteigt. Ich kann euch das mal zeigen, wie das aussehen würde. Das würde nämlich so aussehen, als würde es halt die ganze Zeit so relativ dünn sein vom Zaun. Und dann auf einmal wird es so breit und dick vom Glowstone eben. Und das ist eben der Trichter eine perfekte Ergänzung, weil der halt so, so eine Mischung quasi ist. So eine umgedrehte Pyramide quasi. Die halt so perfekt so dieses, ähm, relativ dünne von den Zäunen halt eben übernimmt. Und dann aber auch breiter wird und das hat insgesamt einen relativ coolen Effekt auf jeden Fall. Dementsprechend finde ich die ziemlich cool. Und statt hier oben drauf einen Halbstein zu machen, könnt ihr natürlich auch eine Trap dort drauf machen. Sieht dann allerdings finde ich nicht mehr so cool aus und dementsprechend lasse ich da mal den Halbstein. Was wir daneben haben, ist so die gute alte Laterne, die ich irgendwie schon in der Beta gebaut habe von Minecraft. Und zwar haben wir hier einen Redstone-Block quasi, der umrandet ist von Zäunen. Und das Ganze dann nochmal auf so einem Zaun quasi aufgebaut. Oben drauf habe ich jetzt hier in der Mitte einen Halbstein und drumherum sind dann noch Falltüren. Finde ich auch eigentlich ganz cool. Ist auch ein relativ simples Design, kann man ganz einfach mit wenigen Ressourcen quasi nachbauen. Das Problem bei den Trichtern ist natürlich immer, dass sie relativ eisenintensiv sind und auch an den ganzen Anvils und so weiter. Aber hier haben wir eigentlich quasi nur Holz und ein Glowstone eben. Und das finde ich auch ein ganz nettes Design. Ist nicht mehr mein Lieblingsdesign, aber halt auch, wie gesagt, schon ziemlich alt. Und was wir hier dann haben, ist so eine kleine Mischung aus den Laternen und den Glowstone-Blöcken quasi. Jetzt haben wir hier wieder eine große Laterne. Und da dran hängt dann quasi ein Glowstone, der umrandet ist, wieder von den Falltüren. Und darunter haben wir dann einen Trichter, wo nochmal eine Laterne dran hängt. Der ist so ein bisschen doppelt gemoppelt. Finde ich, hat aber trotzdem was. Ist ziemlich cool. Und was hier auch wichtig ist, ist, dass man halt eben tatsächlich die Eichen-Falltüren benutzt. Beziehungsweise einfach Falltüren, die halt ein bisschen offen sind. Dann würde ich jetzt hier zum Beispiel diese Falltüren hier benutzen, die zu sind. Denn, weiß ich nicht, sieht das nicht mehr so nach Laterne aus irgendwie. Und da finde ich es cooler, wenn man dann tatsächlich den Glowstone-Block noch ein bisschen da durchsieht. Dann weiß man auch, okay, alles klar, es ist eine Laterne auf jeden Fall. Und das nächste Design haben wir wieder relativ massiv oben quasi mit dem Glowstone-Block da drin. Und dann hier den Treppen drumherum und den Halbstein und dem Zaun. Und dementsprechend wieder umso cooler, dass wir hier wieder einen Trichter haben, der quasi die Verbindung darstellt zwischen diesen dünnen Zaunblöcken quasi und den massiven, großen Blöcken dann da über. Hier auch wieder ein massiver Stand. Das finde ich jetzt bei solchen Designs gerade sehr wichtig, weil würde man das jetzt alles auf so einem Zaun quasi aufbauen, dann würde das irgendwie so ein bisschen so unrealistisch aussehen. Weil es halt einfach so wackelig ist, theoretisch, wenn es halt einfach nur ein Holzzaun ist und da oben drauf ist, dann so ein riesiges Laternen-Dingsbums. Das würde einfach nicht so cool aussehen. Dementsprechend ja wieder auch einen relativ massiven Standfuß quasi. Ziemlich cool. Und dann haben wir hier noch ein paar Designs, die vielleicht für eine moderne Stadt ein bisschen besser sind oder vielleicht auch für eine Unterwasserstadt. Und wenn ihr, wie gesagt, modern oder vielleicht unter Wasser oder sowas baut, dann würde ich euch dazu raten, halt eben kein Glowstone zu benutzen oder Laternen, sondern die Seelaternen, beziehungsweise Beacon Blöcke, weil die einfach so von der Textur aus, kommt natürlich auch auf euer Araceless Bag quasi an, aber so von der normalen Textur, von der Default-Textur aus quasi sehen die halt ein bisschen moderner aus. Durch dieses viele Weiß, durch eben die Umrandung noch da drum, finde ich auch ziemlich cool. Wir haben hier zunächst ein Design, was auch wieder so ein T-Design ist quasi, wie wir da vorne schon haben, nur eben weniger breit. Finde ich auch ziemlich cool, kann man wie gesagt zwischen zwei Straßen ganz gut bauen. Und dann haben wir hier noch so die gute alte Straßenlaterne, die man irgendwie so aus dem Real Life auch kennt, die dann einfach oben hier so einen fettnen Seelaternenblock hat, denn hier so ein Stativ quasi. Und das könnte man halt auch ganz einfach, wenn man hier jetzt quasi einen Weg hat, die ganze Zeit alle 20 Blöcke vielleicht oder so wiederholen. Beziehungsweise könnte man natürlich auch hier die Blöcke austauschen zu Holz und dann Glowstone da hinsetzen und das dann auch immer wiederholen, würde auch ganz cool aussehen. Hier haben wir ein kleines Design, was vielleicht in einem Park oder in einem Garten ganz cool aussieht. Und dann haben wir einfach ein Beacon, der halt auf so einem kleinen Stativ quasi aufgebaut ist und obendrauf dann nochmal so einen Halbstein drauf hat, aus Andesit oder poliertem Andesit, glaube ich. Und das würde halt wie gesagt in einem, weiß nicht, wie in einem Wald vielleicht oder in einem Naturschutzgebiet oder in einem Garten oder in einem Park, wie gesagt, auch ganz cool aussehen. Oder halt irgendwie draußen im Garten, wenn man so einen kleinen Weg hat, vielleicht der zum Haus führt, dass man sowas dann nochmal daneben hat quasi. Einfach so als kleine Leuchte nochmal, beziehungsweise eigentlich ist sie gar nicht so klein, nein, doppelt so groß wie der Spieler, aber na, ihr wisst, was ich meine. Und als nächstes haben wir dann hier nochmal ein Design, was wieder sehr teuer ist, mit zwei Beacons, mit Trichtern, mit Anvil, mit allem drum und dran. Aber es sieht trotzdem ziemlich cool aus. Und sieht so ein bisschen, ja, nicht so unbedingt modern aus, weil es halt, modern verbinde ich immer mit relativ simplen Designs quasi, minimalistischen quasi. Aber das hier sieht so ein bisschen viktorianisch vielleicht aus, weil es halt noch so sehr verspielt ist. Und hier haben wir auch, wie gesagt, dieses Trichter-Anvil-Prinzip, dass die nebeneinander sind. Oben drauf, diesmal haben wir Beacon-Blöcke, normalerweise würde das ja darunter quasi sein. Hier da drüber sieht auch eigentlich ziemlich cool aus, aber ich finde das Gleichgewicht ist so ein bisschen komisch, weil hier halt auch wieder oben sehr massiv ist und dann wird es hier unten so dünn. Das sieht irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, aber ich fand eigentlich das Design ziemlich interessant und wie gesagt, vielleicht findet ihr das ja cool. Und insgesamt, finde ich, kann man die Designs relativ gut benutzen und daraus seinen eigenen Stil zu machen zum Beispiel. Man könnte hier daraus natürlich auch einfach andere Blöcke machen oder andere Blöcke verwenden, beziehungsweise auch diese kleineren Sachen alle aus anderen Farben bauen. Das würde dann alles natürlich noch ein bisschen anders aussehen. Und ihr könnt natürlich auch, wie gesagt, alles hier zusammen kombinieren. Vielleicht möchtet ihr Glowstone haben, aber mit viel Zaun und, weiß nicht, noch Eisen obendrauf oder sowas. Das könnt ihr natürlich alles machen. Ich hoffe, ich habe euch inspiriert mit diesem Video. Und ansonsten, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, würde ich sagen, schreibt mal ein Hashtag Laterne in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass euch jetzt vielleicht ein paar Ideen gekommen sind, wie ihr Laterne bauen könnt und eure Welt ein bisschen heller gestalten könnt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.